Ich hab'n kleines Problem, wieso ist es bei N-Gage? Ich hab'n kleines Problem, wieso ist es bei N-Gage? Oh. Harter N-Wade? Nicht so nah. Sind die schon wieder raus? Nein, die sind da irgendwo. Ah, da gehen wir weg. Den Minion, ich muss Level 3 haben. Ah, warum haben die Minions mich jetzt noch geblockt, man? Oh mein Gott. Ja, mein Problem war, du hast den Minion jetzt zu nehmen müssen. Weil ich war kurz vor Level 3, weil ich noch ihn gewordet hab. Ja, mein Problem ist... ... ... ... ... hattest du das schon mal in der 6 aber ich glaube das bringt nichts was ist das dann schon wieder hier aber ich habe keine Ahnung aber ich habe eine E oh mein Gott ich will den nicht klauen hey da denke ich wird kommt wird kommt ja holt hin holt ja ich hätte auch flashen können ich weiß nicht das wäre es nicht wert gewesen ach so ich hätte auch flashen können ja dann mal dann gleich eine ulti von mir haben wir können ja toll immer welche ich will die haben den nicht mehr den musst du nehmen ich bin so hoch wieder da wir können die falten jetzt auf einmal der resettet sich das den resetten ne 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 oh Gott ich bin halt schon einfach tot was mit dem dragon haben wir drag gekriegt ich glaube nein ne was ja ich bin halt direkt gestorben haben sie sich die schweine backen die wollen auch 100 leben oder so ich nehme den dicken oh ja ja dann nehme ich den an ach dann ne ja nimm das ist wohl lieber hinter euch was für eine reaktion von dem adi carry ja wie war seine reaktion hätte ich so ulti geschlossen das war gut ja der stand halt außerdem keinen blame ja dachte ich mir auch hä warum er war viel zu offensiv dann hätten wir irgendwas hätten wir machen können aber ich glaube ich geh auch direkt hoch achso oh aber die hat Moralos fertig ich habe den teleport bot teleport bot ja 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 der kommt runter ja deswegen war der so deep ich schalte den sättchen bisschen hin scherf ich habe smite den 12 scheiße da kommt die sandra lass uns eben warten dass smite wieder ab ist aber auch ulti ja dann ist botnain auch wieder da ne oh gott easy drag man was karl du bist ja wieder ziemlich dick drin wie ein adi carry ne ich kann mal gucken ob ich die zone ihr müsst dir aber helfen eben smith rings und der rest verteilt dich am besten hab hier was was jup oh gott ja das geht lieber raus wir sind gerade so viele leute auf einmal also ich habe ulti also wenn die uns beiden werden ja ich habe auch ulti ich habe auch flex aber ich bin ich habe auch exoster oh man ich bin noch nicht in range bis ich da bin dauert noch ein bisschen ja ja alles cool oh gott 5 leute bot was ist hier los ist aber gut ulti so so und das habt ihr nun davon ist nicht wahr oder guck mal da ist auch ein free kill hier ist eine lissandra bei mir lol steht da noch wieso steht in der tower wieso treffe ich dich oh man haben wir gesagt wir müssen wir mal pushen also geht hef in der tower wieso treffe ich denn sowas nicht na ist weg ne sicher oh licht aber nicht anders lalalalala oh gott ich hanna pass auf du stirbst ich habe doch eingelassen ja ich bin jetzt ich habe 4.000 fast alles klar das ist ja ich sehe ich sehe ich sehe ich sehe ich eine rote von allem weil da war einer und da war einer oh hier ist ganz viel zeug ja den könnt ihr grabben oh der z z z okay sehr gut wir sind zwei ich kann auch nicht gegen zwei fighten in der fokus ich hab mal holt ich bin auf dem weg unsere hand was passiert hier das kann nicht loswerden jawohl gerippt einfach nur gerippt alles geht aber nicht los jungen geht es euch schon bürger jungen alle carry ja warte genau damit habe ich gerechnet also nachdenken dass ich dir mal ein schild gebe da hast du nicht mitgegeben vor solchen ja baron aaron viele Leute tot mach dann doch schnell krass nur in den waff hier ab wir brauchen die get smite ja spart drake smited ja komm wann machst du denn da du was wenn wir baron machen wollen was ist denn mit dir ja ich mach mal da ja nee ja doch nee was machst du auf der top lane wenn wir drake machen wollen kannst du da drüber worden kann da immer drüber worden ja jeder erzählt und pass auf dass da keiner kommt wie muss die muss gleich am arsch nicht weglaufen ich komme nicht drum papier das sind wohl die bärne das sind mehrere lol tüten wir dir jetzt tüten oh mein gott jeder da oh gott wo lauf ich denn hin jetzt gehen wir top lane durch oh den wollte ich auch haben ich hatte noch zwei punkte hat eine ulti ne ich hab auch ich auch ein 4 3 2 ja dann rein das war ganz schön knapp weil ich könnte machen den oberen ich mache gar nichts mehr ja mal geh mal weg hier so hey doch mal das wäre unfreundlich das ist mal ähm ja ja mach mal hier hau bot bitte ja sind immer noch drei tot wir können immer noch was machen wir haben dafür weg jetzt können wir weggehen dann gehen wir alle botten wir können doch mal nach dem gegnerischen buff schauen ich guck wollt ihr hey tot tot ich weiß es ich weiß es soll nicht alle getroffen aber naja oh lol ich hab immer ne ulti oh ich komm nicht hinterher dauer 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 machen dich aus sicher runter das wir nehmen den inni für das gerade dann machen wir alles mal runter ja hat er mich rein gebetet NEIN NAAAIN der bm so stark meine weiße weste Sie ist tot!